Aktien, Anleihen und Portfolio-Konstruktionen. Ich habe Ihnen ein kleines Potpourri an Themen vorbereitet, was man sich im aktuellen Umfeld anschauen könnte. Wir starten zunächst bei den Aktien, das ist doch eine Vermögensklasse, die im Zinsumfeld bei vielen Anlegern stärker in den Fokus rückt. Und ich habe Ihnen hier mal mitgebracht, wo Sie die Treiber erkennen können, die typischerweise für die Aktienmarktbewegungen relevant sind. MSCI, der bekannte Indexanbieter, hat das hier entsprechend berechnet. Und was Sie hier unten sehen können, das sind die verschiedenen Zeiträume, die Einjahresbetrachtung bis hin zur 20-jährigen Perspektive. Und Sie sehen hier auf der Hochachse dargestellt, welchen Anteil die verschiedenen Faktoren hier entsprechend zur Entwicklung beigetragen haben. Und wir können sehen, dass insbesondere in den kürzeren Bereichen, also beispielsweise ein Jahr oder auch drei Jahre, sehen wir insbesondere dieses Thema Valuation Adjustments, also auch dieses Thema Anpassung der Marktmultiplikatoren, wie wir es beispielsweise auch 2019 gesehen haben, bei dem wir bei schwächeren Unternehmensgewinne starke Kursgewinne hatten, also hier eben die Erhöhung der Multiplikatoren sich niedergeschlagen hat, dass diese Aspekte in der kurzfristigen Perspektive sehr stark sich entsprechend auswirken. Das findet ja auch seinen Niederschlag in den Medien- und Pressekommentaren. Aber wenn Sie längere Zeiträume betrachten, insbesondere zehn Jahre aufwärts, oder im besten Fall eben die 20-jährige Perspektive, dann können Sie sehr schön feststellen, dass im Endeffekt die Dividendenrendite hier in gelb dargestellt, beziehungsweise auch hier das Dividendenwachstum eine sehr, sehr große Rolle spielt und dementsprechend große Anteile der Entwicklung erklärt werden. Warum ist das wichtig? Weil wir, wie gesagt, ein Jahr 2019 hatten mit den beiden angesprochenen Aspekten. Wir sehen, dass beispielsweise in den USA Tech-Werte einen enorm hohen Anteil an der Entwicklung beigetragen haben. Wir sehen das Gleiche auch in den Emerging Markets, wenn Sie mal Baidu, Tencent entsprechend betrachten. Also das Themen, die wir momentan im Blick haben müssen bei der Portfolio-Konstruktion, weil beispielsweise auch marktkapitalisierungsgewichte Indizes, die als Vergleichsmaßstab für aktive Aktienmanager oder auch Vermögensverwalter dienen und auch natürlich als Abbildungsgrundlage für Indexfonds diese Thematik abbilden. Sprich, die Marktkapitalisierung sorgt dafür, dass das am stärksten gewichtet wird, was am besten läuft. Und typischerweise, das kann natürlich in der Portfolio-Konstruktion zu einseitigen Klumpen führen. Wenn man sich momentan die Entwicklung anschaut, respektive die Entwicklung der letzten zehn Jahre, dann war US-Technologie das Maß aller Dinge. Europa hat geschwächelt, die Schwellenänder waren auch deutlich schwächer. Also momentan möchten viele eher in den USA investieren. Man agiert hier natürlich prozüglich. Dementsprechend hier nochmal ein kleines Plädoyer für die globale Perspektive. Was Sie hier sehen können, ist der Anteil der Einnahmen, den die verschiedenen Regionen hier auf globaler Ebene erzielt haben. Also Nordamerika in blau, Europa der Nahe Osten und Afrika in gelb, Pazifik in diesen türkisblau und die Emerging Markets, also die aufstrebenden Schwellenländer in rot. Und da sehen Sie schon, wenn Sie mal die letzten Jahre betrachten, also beispielsweise hier eben seit Beginn der 2000er Jahre, dann sehen Sie, der Anteil der aufstrebenden Schwellenländer, also quasi der Unternehmensgewinne, der war noch relativ gering. Und wenn Sie jetzt mal diesen rosenroten Balken hier mittlerweile anschauen, dann sehen Sie, dass sich dieser Anteil massiv nach oben bewegt hat. Und das sollte natürlich auch bedeuten, dies entsprechend in der Portfoliokonstruktion abzubilden. Die Frage hier, machen Sie das über Schwellenländeraktien? Machen Sie das über Unternehmen, die beispielsweise in Europa oder in den USA gelistet sind, aber eben 50, 60 oder gar 70 Prozent ihrer Umsätze in den aufstrebenden Schwellenländern darstellen oder auch ergänzend zum Aktienportfolio natürlich auch immer die Anleihseite, also hier entsprechend Gläubiger ins Portfolio zu integrieren, die eben nicht die USA oder Europa sind, sondern eben auch aus den aufstrebenden Schwellenländern. Ich denke, vor dem Hintergrund der Risikostreuung auch das eine sinnvolle Idee. Wenn wir bei den Anleihen sind, dann schauen wir mal genauer hin und schauen uns das Spektrum an, insbesondere das Thema Inflation momentan spielt keine große Rolle. Die fünfjährigen Inflationserwartungen, vier, fünf Jahre auf einem sehr niedrigen Niveau, die aktuellen offiziellen Inflationsraten sehr, sehr niedrig. Das kann natürlich auch an der Art und Weise liegen, wie wir sie messen und dementsprechend auch darstellen. Also hier nochmal der Ansatz im Rahmen der Anleihequote über die sogenannten inflationsgebundenen Anleihen nachzudenken. Das Anleihen, deren Verzinsung sich danach richtet, wie die offizielle Inflationsrate sich verhält. Auch die Rückzahlung wird entsprechend angepasst. Ich habe Ihnen das hier mal dargestellt. Sie können es hier oben in blau sehen, das ist die typische US-Staatsanleihe mit einer aktuellen Rendite von 1,6%. Wir sehen die TIPS, also die inflationsgebundenen Äquivalente dazu mit einer negativen Verzinsung. Hieraus ergibt sich diese sogenannte Break-Even-Verzinsung bzw. Inflation. Und die ist aktuell eben relativ niedrig. Also Inflationsschutz kann man relativ günstig kaufen. Und auch wenn momentan die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes nicht dafür spricht, dass wir Inflationsüberraschungen bekommen, vielleicht dennoch ein guter Zeitpunkt, sich mal langsam mit der Integration von Inflationsschutz im Portfolio zu beschäftigen. Hier nicht nur an Gold oder auch an Aktien zu denken oder natürlich Immobilien, sondern eben auch im Anleihportfolio Inflationsgebundene Anleihen mal ins Kalkül zu ziehen und zu überlegen, ob sie diese aktiv, passiv oder über ein aktives Mandat entsprechend hier abbilden. Kommen wir zu den alternativen Investments. Also je nach Betrachtung ja sehr unterschiedlich von Hedgefonds bis Private Equity und Immobilien können sie da alles drunter subsumieren. Ich habe mich jetzt hier mal auf Private Equity fokussiert, weil wir momentan sehen, dass die Nachfrage da gefühlt durch die Decke geht. Wir sehen aber auf der anderen Seite auch, dass viele Anleger wenig Kenntnisse haben zu den statistischen Grundlagen, auch zu den Mechanismen und dass auch Begriffe wie beispielsweise der Dry Powder gar nicht so bekannt sind, wie es sein müsste. Also was ich Ihnen hier auf die Schnelle einfach mal zeigen möchte, schauen Sie bitte einfach auf diesen roten Balken. Da sehen Sie die Quartalsweisen internen Zinsfußrenditen im Bereich Private Equity, dargestellt in der Korrelation, also in dem statistischen Zusammenhang mit dem S&P 500. Da sehen Sie 0,75 und dementsprechend die Botschaft, und da möchte ich auch schon auf die Portfolio-Konstruktion gehen, die soll an dieser Stelle sein, dass Sie das zusammen berücksichtigen müssen. Und ich habe Ihnen das hier mal mitgebracht, jetzt gar nicht so sophisticated, sondern so, wie man es einem normalen Menschen darstellen kann, der jetzt kein Finanzfachidiot ist. Und Sie können es hier schon sehen. Wir haben einen Anleger, der haben hier die Darstellung der Vermögensklassen, hier entsprechend den Anteil in Prozent. Für den Anleger sehen wir, dass die strategische Aktienquote bei 45 Prozent liegen soll. Das eine Kombination aus der Finanzplanung, also Liquiditätsaspekten, der finanziellen Risikobereitschaft als Persönlichkeitsmerkmal und der objektiven Risikotragfähigkeit aufgrund der Lebensplanung. Dann sehen wir, dass der Anleger hier schon jüngst ein Private-Equity-Investment getätigt hat, 200.000 Euro. Wenn wir das auf die Summe beziehen, die der Anleger insgesamt alloküren möchte, sind das 4,76 Prozent. Und Sie sehen schon hier, wir tragen diesem Umstand Rechnung, dass Private-Equity tendenziell natürlich eine gewisse Abhängigkeit zu den Renditen am Aktienmarkt hat, deren Zusammenhang meines Erachtens in der Zukunft sogar höher liegen wird als in der Vergangenheit. Also müssen wir natürlich von der strategischen Aktienquote von 45 den Private-Equity-Anteil abziehen und kommen damit eben noch zu 40 Prozent liquiden Aktien. 5 Prozent Gold, das sollen physisch besicherte Wertpapiere sein. Hier muss man sich die Frage stellen, inwieweit Sie im steuerlichen Regime der Abgeltungssteuer bleiben wollen oder ob Sie hier lieber die 12-Monats-Spekulationsfrist berücksichtigen möchten. Das, wie gesagt, sehr wichtig für die Wahl des Instrumentes. Wir sehen hier die strategische Anleihenquote mit 50 Prozent und auch das ist ein Aspekt, den wir momentan sehen. Sie sollten immer unterscheiden bei den Anleihen. Habe ich hier Anleihen mit höheren Kreditrisiken, also sogenannte Hochzinsanleihen oder beispielsweise auch Wandelanleihen? In diese würden wir immer ein anteiliges Aktienmarktrisiko hineinrechnen. Und da habe ich eben Anleihen mit geringeren Kreditrisiken, wie beispielsweise Staatsanleihen, Pfandbriefe oder inflationsgebundene Staatsanleihen. Und da sehen Sie schon die Aufteilung. Was wir dann im nächsten Schritt tun, ist die Plausibilisierung der Aktienquote. Und Sie sehen schon hier, wir haben 4,76 Prozent Aktienmarktrisiko aus Private Equity. Wenn wir noch 40 Prozent Aktienmarktrisiko über liquide Aktieninvestments, seien es direkte Aktien, seien es ETFs, seien es aktiv gesteuerte Fonds, dazurechnen und ja noch unterstellen, dass wir 20 Prozent Aktienmarktrisiko aus 20 Prozent Anleihequote haben, dann sind 20 Prozent von 20 Prozent 4 Prozent auf alles gerechnet. Und wenn wir die auch noch dazu ordinen, dann sehen wir, dass das echte Aktienmarktrisiko im Portfolio bei dieser strategischen Struktur eher bei 50 Prozent liegt, als bei den dargestellten vielleicht 45 respektive auch 41, je nachdem von wo Sie rechnen. Also ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, insbesondere im Umfeld, wo wir sehen, dass auf der einen Seite die Indexqualität bei den Anleihen schlechter wird, längere Restlaufzeiten, geringere Renditen, gleichzeitig steigende Kreditausfallrisiken. Wir sehen, dass die Bedingungen in den Kreditverträgen eher sich zum Nachteil für die Kreditgeber verändern. Also das Thema Covenant spielt hier eine große Rolle. Wir sehen auch im Aktienbereich natürlich, dass man versucht, über Small Cap und ähnliche Aspekte nochmal zusätzlich Rendite zu generieren und natürlich dann die Ausweichreaktionen in den Bereich der illiquiden Investments, wie jetzt hier dargestellt, Private Equity, aber auch Private Debt oder Infrastrukturinvestments und Immobilien. Die muss man natürlich irgendwie umrechnen, um ein Gefühl für das echte Konjunkturrisiko zu bekommen, was man auch, wie hier dargestellt, vereinfacht mit dem Thema Aktienmarktabhängigkeit darstellen könnte. In diesem Sinne gibt es aktuell einige Baustellen zu tun, die nichts damit zu tun haben, wie sie den Aktienmarkt am heutigen Tage einschätzen. In diesem Sinne darf ich Ihnen eine gute Zeit wünschen. Machen Sie es gut. Bis bald. Auf Wiedersehen.